so hallo und herzlich willkommen zu dem random games stream ich hoffe ihr könnt mich sehen und hören weil naja mangelst dialog fangen wir einfach sofort mit dem ersten spiel an das steht ja auch schon hier im titel drin out there omega edition und dann spielen wir mal jetzt sind sie wieder alle weg ich weiß ja auch nicht aber egal die schwierigkeitsgrad leicht total jawohl und los geht's da das müsste jetzt klappen dann machen wir vielleicht auch noch mal die kamera an super und neues spiel gut noch mal ja ich weiß ja auch nicht aber die hat viel zu tun die kriegt eine küche und so weiter ich glaube deswegen ich glaube ich muss dann tatsächlich sogar das video schneiden so jetzt sieht man es genau nee der meno hat sich als eventuell noch ankündigt ich habe schon angst gehabt dass deswegen keiner kommt weil heute der twitch feiert die modstag und ich habe gar keine mods weil ich auch noch keine brauche was soll die machen in ravenger kicken geht wohl nicht so das habe ich alles schon mal gemacht deswegen station geht nicht weil was kaputt ist sagt ich mache jetzt noch ein bisschen schneller aufgefüllt ok ich mache das was ich eben beschrieben habe jetzt noch ein bisschen schneller zurück zur systemkarte jetzt können wir da hinfüllen fliegen so wir kriegen dahin unterschiedliche botschaft erwecken mir seltsame worte ich habe gefühle und empfehlungen die ich bisher nicht kannte starten weit weg ich kann meine ausrüstung ok ich habe kein süßen süßes fenster um zu schiffs an sich zurück zu kehren ich denke ich kann das cryonik modul demontieren um silizium zu gewinnen stimmt wenn ich schnell zwischen den sternen reißen kann würde es sowieso nicht mehr von nutzen sein cryonik cryonik ok demontieren bestätigen ok anfangen juhu ich habe ich kann hyperraum es funktioniert unfassbar jetzt kann ich von stern zu stern springen die ganze galaxie ist meine reichweite tippen sie auf die registerkarte galaxie auf die registerkarte galaxie um die sternkarte anzuzeigen zum inzwischen sternsystem zu reißen der grüne kreis markiert den bereich des weltraumfalles der blaue kreis markiert die reichweite des teleskops ich klicke auf den stern um mehr darüber zu erfahren gelber zwerg wo muss ich hin um gottes willen ich muss noch weiter wenn sie reise um ihre erste ins welt zu übernehmen lassen sie uns hoffen dass sie den weg zur erde finden gut ja was gelber zwerg den will ich aber nicht muss ich da hin nein ich will aber den da den darf ich doch auch ne nicht ganz nehmen wir den reise oh oh ich sehe gerade ja ja ich erlaube es gerade mal ja im schrott warum auch immer genauer also bis jetzt sieht es ganz gut aus reise ein planet in zwei teile gespalten wegen einer logischen katastrophe oder vielleicht sogar wegen einer schlimmeren ein riesiges cooles hohes schiff im kreis der verlorene welt auf seinem rumpf kann ich die worte lesen an an mara ta geil was soll ich tun schiff erkunden natürlich ja schrott er hat schrott nicht gewollt auch gott hilfe das ich glaub ich mach den demnächst aus komm zack jetzt ist der abwehrmodus aus hm ich hol das schiff an bord schlüpfe in meinen raumazuch und schneide mit meinem mein letzten lödlampe ein Loch in den rumpf im inneren finde ich sarkophage hunderte von gängen gesolbt mit tausenden von riesigen sarkophagen die tote außerirdischen beherbergen etwas schlimmes geschah hier sie flohen und sie starben ich untersuche sie und verstehe das das sehr fachische kryonische komponenten sind ich nehme mir die zeit sie zu studieren bevor ich den treibenden Friedhof der Stille verlasse sie haben eine technologie erlernt gemeinsame kryonik richter architekten ok so also das ding ist jetzt aus und nun umlaufbahn könnte ich da irgendwas machen ich kann landen also schrott sollte eigentlich immer erlaubt sein vor allem ja gut ich meine es ist keine KI das heißt in dem zusammenhang wenn du es geschrieben hättest was laberst denn du dafür ein Schrott ne aber hast du ja nicht so ja oben ok ha ha hf was auch immer das ist ok ende und abheben bestätigen Und der hier. Sonnieren. Ja, nehme ich doch. Das ist auch alles Staub, Stimmungs, zack. Noch mal, ne, Ende. So. Dann will ich doch mal. Ja, muss ich wohl dahin, ne? Ah, ich darf dahin. Ich darf jetzt aber nicht reisen. Okay. Ja, wohl nicht ganz so brutal. Nicht so schnell. Von der ständigen thermischen Konaktion und Expansion ist der Sauerstoffleitung geplatzt. Ich habe einige Minuten für die Rabattur gebraucht. Ich war völlig panisch. Jetzt ist eine große blaue Ölge in meinem Schiff. Nicht mehr viel zum Atmen. Einfach ein normaler Tag im All. Okay, warum? Spiel gespeichert. Gucken wir doch mal. Das ist doch. Na klar, machen wir doch ein bisschen. Na, also geht doch. Hm. So, vielleicht auch mal ein bisschen. Gucken wir mal hier mal rein. Super. Gut. Gucken wir mal. Was kann ich jetzt tun? Sondieren. Ja, toll. Sondieren. Sonde starten. Da komme ich doch alles. Alles übergeben. Klar nehme ich doch. Okay. Ende. Ist das alles? Eine weiße Kugel aus Plastik. Darauf ein seltsames Symbol. Wie ein schwarzer Vogel mit ausgebreiteten Flügeln. Sie schwebt in All. Die Kugel ist kleiner als mein Schiff. Sie hat ein Logo, aber sie ist geschlossen. Ich frage mich, was da wohl drin ist. Die Kugel zum Stern schleppen. Mal sehen, ob die jetzt das Stand hält. Ich befähre ich sie in seiner Kugel und schleppe sie damit. In meinem Schiff in der Nähe der Sonne. Sie stützt in den verbrennten Stern. Alle Temperaturen ist exom. Die Kugel hält Stand. Sie verschwindet in der unendlich fleißen Oberfläche. Ich denke nicht, dass sie jemals wiederfinde. Hoffentlich war es nichts Lebendiges darin. Warum? Und jetzt? Ja, kann ich da nichts? Warum kann ich da nichts machen? Nee. Komm, wir fliegen einfach weiter. Es ist schwer, bei großer Geschwindigkeit die Richtung zu ändern. Ich habe einen großen, weißen Raum, weil eine große, klaffende Wunde zugeführt. Das tat mir leid. Wir sind einfach, aber seine Körpergläsigkeiten, die über mein Schiff geflossen sind, haben meine Schiffsfilter repariert. Aha. Super. War der kaputt? Weiß ich nicht. Ganz kurz mal gucken. Treibstoff. Habe ich doch genug da noch. Zack. Und unten. Machen wir das noch rein. Und weil es mir Platz wegnimmt, dann war das auch noch rein. Ist doch super. Reiche an mich an der Umlaufbahn. Wanden. Ja, ja. Bestätigen. Bohren. Ist doch super. Alles übergeben. Ende. Abheben. Ja. Mhm. Warum nicht noch haben wir ja alles. Nehmen wir auch alles. Ist doch sinnvoll. Und ein drittes. Reiche an Kraftstoff. Nehmen wir. Sondieren. Und da haben wir es doch schon wieder. Sauerstoff. Sauerstoff. Mhm. Warte. Ähm. Erstmal hier Platz machen. So. Jetzt ist die Frage. Ja. Gelber Zwerg, das sollte eigentlich mit Sauerstoff gehen, oder? Die letzte Raumfallung, die schläft, ich kann zu nahe an einen Stern, der überfließt, das ist nicht allzu heiß, rund 5000 Grad, aber gerade darunter, im Inneren, geht es auf bis zu einem Millionen Grad hoch, die photonische Winde haben mein Schiff stark zerkratzt. Das macht überhaupt nichts. Ja, da haben wir es schon, Rumlaufbahn, die kann sicher landen, mehrere, meine, so, Leben begegnen, der außerirdisch hält etwas auf den Boden und rennt weg. Sie haben ein neues Wort gegeben, Omega, bohren, jetzt haben wir ein Problem, oder? Kohlenstoff, klar, oh, das ist nicht viel, aber egal. Ähm, warte mal, äh, ja, können wir hier irgendwas, das sollen wir auf jeden Fall nehmen. Ich glaube, wir legen ein bisschen, sehr selten ist es von großer Bedeutung für jedes Gerät eine Energieverbindung, gut. Ich würde sagen, wir legen, äh, ablegen. Kupfer. Ich hätte, äh, Mann, ja, genau, irgendwas sonst, aber was doppelt, nein, Ende, abheben, ja. So, jetzt lass mal schauen, ob wir erstmal das Schiff reparieren. Oh, naja. O ist fertig. Kupfer können wir im Moment nicht gebrauchen, wir können den Treibstoff noch. Was ist das nochmal schnell? Platin. Okay. Teilen? Nein. So, was ist das? Wasserstoff. Achso, der wird nicht bleiben, bleibt auf jeden Fall noch. So, ähm, 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 ähm. Zurück. Was ist das für eine? Reich an Kraftstoff. Egal. Umlaufbahn. Sondieren. Sondieren. Sonde starten. Ja. Alles übernehmen. Ende. Ne. Das da. Dann. Pfu, 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 pfu. Ähm, was wollte ich machen? Das da. Und das da. Alles voll. Alles voll. So. Noch irgendwas? Haben wir noch? Nee, haben wir nicht. Und dann das da. Reich an Kraftstoff. Ja, Kraftstoff haben wir jetzt schon genug. Dann würde ich sagen, jetzt sind wir ja noch fit. Weiter dahin. Es erinnert mich an Crying Suns. Roter Zweerkreise. Schon wieder habe ich meine Geschwindigkeit falsch eingeschätzt und kam nah, viel zu nah anstehen. Gretler, ich fälschte den Nuss. Oh no. Äh, okay. So. Zack. Reparatur. Okay. Ah ja, mit Omega kann man reparieren. Super. Machen wir hier erstmal frei. Sauerstoff fehlt. Was haben wir hier? Metallischer Erz. Ja gut, brauchen wir auch. Was ist denn weh? Ja, das können wir auf jeden Fall nehmen. Ja, okay. Passt. Ende. Und abheben. Bestätigen. Ähm. So. Jetzt können wir hier. Gut. Fe können wir auch gleich weg machen. Sieht gut aus. Sauerstoff sollten wir beim nächsten Mal nochmal. Wer weiß, vielleicht kommt hier noch Gekämpfer. Roter Zwerg hatten wir gerade. Neutronenstern. Oh. Das ist neu. Der Raum empfällt sich vor oder eher im Innern einer riesigen Struktur wie ein Spinnnetz aus Fels und Eis. Ein 3D-Spinnnetz. Ich war drin und flog mit Türensgeschwindigkeit. Ich habe mein Bestes getan, um zwischen den riesigen Stellen sein zu fliegen neben seltsamen Spinnen so groß wie mein Schiff erstarrt. Im Weltraum am Ende kann ich schließlich raus. Wieder einmal mit verballter Schiffshülle. Es hätte schlimmer kommen können. Okay. Da ist ja wieder was. Das ist gut. Dann können wir uns ja Sauerstoff schlappen. Trotzdem Leben begegnen. Was? Ja, das machen wir. Zustimmen. Ich habe kein Interesse an diesem Auslöschen. Was? 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 Bohren. Ja. Das ist gut. Nicht ganz so gut, aber den Sauerstoff kriegen wir wieder weg. Hallo Lakehaven. Das ist schön, dass du vorbeischaust. So. Ist auch erst das erste Spiel. Noch nichts verpasst. So, dann gucken wir mal. Haben wir jetzt... Nee, Eisen haben wir nicht. Wir haben... Treibstoff haben wir auch nicht. O ist voll. Was war das nochmal? Achso, ja genau. Bohrer, Klonik. Das nützt alles nichts. Gut. Nein. Ach. Ähm. Abheben. Klar. Bestätigen. Ach. Währenddessen kann ich auch. Das ist gut. Bestätigen. Ja. Und... Das lassen wir lieber sein. Und fliegen weiter. Was ist das? Ein schwarzes Loch. Das hört sich eher nicht so gut an. Aber komm, wir gucken uns das mal an. Vielleicht sterben wir ja. Oh. Was ist das denn? Leuchtfeuerflassende Umlaufbahn. Schnappen wir uns. Oh. Frachtanzeigen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, das ist nicht gut. Fertig. Was können wir denn übernehmen? Was ist das? Haben wir? Haben wir? Haben wir? Nützt ja nichts, ne? Achso, ne, Quatsch. Ich... Hm. Meins ist größer, ne? Ne. Okay. Treibstoff. Der hat aber keinen Treibstoff. Gut. Dann müssen wir gucken, dass wir... Schnell nochmal... Können wir da hin? 17. Neutronenstern. Ich glaube, die bringen immer viel. Was ist das? Weißer Zwerg kennen wir noch nicht. Probieren wir. Etwas ist falsch mit dem alten Science-Fiction-TV-Shows. Der Käpt'n des Schiffs entdeckt eine neue Welt, die von außerirdisch besiedelt wurde, die fast wie Menschen aussehen. Unter ihnen wohnt ein super heißes außerirdisches Mädchen. Sie sind außerirdisch und immer anständig. Das eine möchte ich Ihnen sagen. Ich bin ein Kapitän und alle außerirdischen Planeten sind nur deprimierende Felsen und nichts bemerkenswertes. Für Mädchen gibt es nur einen Ort und das ist die Erde. Okay, super. Okay, super. Das ist blöd. Ja, Treibstoff. Umlaufbahn. Da muss ich doch. Vielleicht finde ich hier irgendwas. Alles außer. Ich kann doch nichts. Doch. Nee, nichts. Weh. Und jetzt? Na toll. Okay. Das ist das Ende meiner Reise. Naja. Okay. Haben was durchgespielt, ne? Also nicht sehr gut, aber... Ja. 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 Mal ein Schiff. Mhm. Wir haben alles da außer... Ja. Gut. Okay. Ich verstehe. Wir haben es jetzt wirklich eine Runde gespielt. Hm. Ja. War nicht schlecht. Ja. War okay. Ja. So. Ist gut. Beenden. Ja. Also es ist auf jeden Fall spielbar und man muss halt eben probieren und so weiter. Es ist entspannt so viel zwischendurch. Wollen wir das Spiel beenden? Ja, wirklich. So. Miklos Studios. So. Okay. Kommen wir gleich weiter. Was? Ja, dann mach auch zu. Hallo. Aha. So. Was haben wir als nächstes? Genau. Mal das Cat Lady The Card Game. Einfach mal schauen. Da haben wir jetzt wirklich eine ganze Runde gespielt und das könnte es bei diesem Spiel auch passieren. Okay. Ähm. Spielen. Spielen. Spielenanleitung. Katzen und Futter. Willkommen bei Cat Lady Schätzchen. Dein Zelt ist es die beste Cat Lady zu werden, indem du hungrige Katzen mitfutter Spielzeugkostüme und mehr anlockst. Kostüme anlockt. Hm. Ich bin Margarete. Ne, Margarete. Ne, Margarete. Von der Liga der Cat Ladies und bringe dir alles bei, was du wissen solltest, um eine großartige Cat Lady Witz zu werden. So, so. Mit etwas Übungen wirst du eines Tages vielleicht so erfolgreich wie ich oder Gertrude. Oh, das ist wirklich nett von dir. Viel Glück, Schätzchen. Während eines Spiels sammelst du und deine Revision Cat Ladies abhängig von Karten und Raster. Neun Karten wurden von einem gemischten Deck ausgeteilt. Die verleihende Anzahl von Karten wird auf dem Deck angezeigt. Behalte sie im Auge, Schätzchen. Ich bin halt Katzen-Fan. Dann geht das. Wie du sehen kannst, besteht das Karten-Raster aus niedlichem Kätzchen und leckerem Futter. Ihre Katzen haben bestimmte Futterarten, wie auf der Karte angezeigt. Die Cat Ladies sollten ihnen immer ihr Lieblings-Futter geben. Aha. Shadow mag zum Beispiel Thunfisch. Versuchen wir ihn in unsere Katzen-Pension zu locken. Am Sammeln von Karten musst du eine gesamte Reihe oder Spalte nehmen. Mhm. Ja. Lass uns einen Blick auf den Spielbereich rechts werfen. Aha. Hier wird gezeigt, dass sich nun zwei Katzen in meiner Katzen-Pension befinden. Plus... Einmal Thunfisch. Auch deine aktuelle Punktzahl wird hier angezeigt. Mhm. Du musst jede Katze in deiner Katzen-Pension das richtige Futter geben. Und bis du das gemacht hast, verlierst du zwei Punkte für jede andere Katze. Ja. Du führst aus, wenn du mehr Futter als anderen übrig hast. Lass nichts verderben. Was? Deine Katze hat eine Zeit von dir gesammelte Karten an. Du kannst hier Katzen füttern. Lass mich das auch machen. Wähle Shadow aus und fülle dem etwas Thunfisch aus deinem Essensbereich. Mhm. Eine glückliche Katze. Oh! Süß! Klar. Mhm. Diese Katze hat einen Wert, der links auf der Karte angezeigt wird. Wenn sie gefüttert werden, erhältst du diese Anzahl von Punkten. Shadow ist ein Punkt wert. Da du nun eine hungrige Katze weniger hast, erhältst du zwei weitere Punkte. Und da du nicht mehr am meisten Futter übrig hast, bekommst du diese zwei Punkte zurück. Gut gemacht, Schätzchen. Was? Du kannst nun den Thunfisch von Shadow wegnehmen, wenn du eine andere Katze damit füttern möchtest. Doch Shadow ist glücklich, also lassen wir den Thunfisch bei ihm. Lassen wir Shadow den Katzen-Pension genießen. Ja. Gut. Mhm. Bell befindet sich auch in der Katzen-Pension. Doch sie mag Huhn, das haben wir noch nicht gesammelt. Ähm. Also ist sie noch immer hungrig. Ja, ich weiß. Wenn Karten vom Raster gesammelt werden, werden sie durch drei Karten vom Hauptdeck ersetzt. Ich verstehe es noch nicht ganz. Wenn eine Reihe von oder Spalte von Karten ersetzt werden muss und es keine Karten mehr im Hauptdeck gibt, endet das Spiel. Aha. Lass uns einen Blick auf ein paar Karten auf dem Raster werfen, ok? Es gibt drei Arten von Futter, mit denen Katzen anklopfen werden können. Milch, Huhn und Huhnfisch. Einige Futterkarten zählen zweimal als dieses bestimmtes Futter. Wow, Pumpkin ist sehr hungrige Katze. Sie möchte zweimal Huhn und etwas Milch. Wildfutter kann in jeder der drei Futterarten verwendet werden, äußerst nützlich. Achso, deswegen. Mhm. Wenn du Karten gesammelt hast, ändert dein Zug und die nächste Cat Lady sind in der Reihe. Aha. Deine reversierte Cat Lady hat gerade ein paar Karten genommen. Tipp auf ihren breiter Punktzahl, um die Zusammenfassung ihrer Sammlung anzusehen. Papel, Picasso und Pappkin. Hier werden dir Katzenfunde und andere Karten angezeigt, die diese Cat Lady gesammelt hat, werden bloß nicht eifersüchtig. Ja, sehr gut. Ihre Katzenpension Schallfläche zeigt hier ihre aktuelle Punktzahl an, wer am Ende die Punktzahl hat gewinnt. Ja. Okay. Also, wir brauchen Huhn. Ähm. 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 Ja, toll. Was mache ich denn? Blackberry brauche ich Huhn. Und auch Huhn. Das passt doch. Jawoll. Wenn ich das sammle. Ne. Das sammle ich so. Und dann kann ich auch Huhn. Zack. 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 Perfekt. Mhm. Okay. Hm. Egal wie, ich habe immer zu wenig Huhn... Nein, will ich nicht. Miet ist viel zu wenig da und hier kriege ich auch nur einen Huhn und die 2 Thunfisch bringen mir gar nichts... Warte mal, das ist aber nur ein Futter. Ja, ich weiß... Ich nehme das hier. Das passt ganz genau. Milch, Milch, Huhn, Huhn. Müsste ich sehr viele Punkte haben, sehr schön. So, gar nicht mal schlecht. Hm, bin ich... Aha, welche? Schwarz und Weiß sind noch nicht bezaubernd. Lass uns einen Blick auf sie werfen. Luna hat nicht nur ein hübsches Gesicht, wenn sie gefüllt wurde, ist die vierige schwarze Katze gefüllt als Endpunkt wert. Das wird aber ein bisschen... Aha... Ich wurde aber jetzt noch fertig fit... Dann warte mal, ich habe doch... Ich brauche... Oh, das geht gut. Das geht gut. Luna... Ja, die kann ich ein bisschen füttern. Ich habe nichts mehr. Nehmen wir das da. Ja, brauche ich noch einen Thunfisch. Da fehlt mir die Milch und da habe ich ein Dings zu viel. Damit mache ich zwei Thunfisch weg. Aha, okay. Mach ich. Du kannst nur noch zuhenden und auf Katzenkarten... Ja. Ja, ist ja gut. Ja. Mhm. So, warte. Ich muss dir das noch geben und das noch geben. Das nützt aber nichts. Abgeschlossen. Aha. Knapp. Was? Mhm. Was? Was passiert hier? Aha. Ach. Ach. Ach, Leute. Nee. 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 Oder? Was? Ganz kurz mal durchknicken. Das passt. Ja, das Tutorial ist schon halbwegs okay, aber es ist schon ein bisschen verwirrend und gar nicht spaßig. Ja, okay, naja, was ist denn da für alles, die über ihre Zeit verfügst du kannst? Was? Also erstmal, ich muss doch erstmal fertig füttern. Hier, ich habe einmal Milch, ich brauche keine Milch. Und Spielzeugset. Ja, ich brauche... Ich habe Milch, ich brauche keine Milch. Doch, ich brauche Milch, aber mehr Milch als das und gar keinen Thunfisch. Da haben wir... Das da ist schonmal was gut. Schicke Kostüme? Ein kleines Engelchen gerade... Superhittenkostüm. Ich muss es nehmen, okay. Das funktioniert doch gar nicht. Ich habe auch so... Ich habe so Angst. Warte mal, lass mich doch mal... Lass mich doch mal füttern. Ich habe hier hungrige Katzen. Ich habe noch eine Milch, aber Milch geht ja nicht. Ich habe ja gar kein Futter mehr. Doch, das da. Katzenmünze. Was ist denn jetzt? Ne, ich nehme wieder das da. Ja, genau. Zack. Achso. Oh mein Gott. Ich glaube... Nein. Oh, das tut. Das war schlecht. Ah, Entschuldigung. Ui. Das war schlecht. Moment. Und dann das da. Ja, weg. Und dann das da. Und jetzt brauche ich Thunfisch. Ich habe keinen Thunfisch. Oh, danke. Uiuiuiui. Ich hasse das manchmal. So, jetzt geht es mir eigentlich so ganz gut, aber ich brauche Thunfisch. Brauche ich Huhn? Nein. Ich brauche eine Katze. Art Luna ist wichtig. Ich kriege keinen Thunfisch mehr. Keine Ahnung. Ich hoffe schon. Zwei Thunfisch. Zwei Thunfisch. Zwei Thunfisch. Ja, das da. Thunfisch dahin. Und eine ganz glücklich. Das sollte richtig viel bringen. Genau. Dann brauche ich noch einmal Huhn. Es bleibt eins übrig. Aber dann habe ich noch Katzenminze. Super. Huhn. Da rein. Super. Und jetzt habe ich... Ich habe ein Huhn. Und kann mir noch eine Milch holen. Komm dann. Die sind jetzt alle gefüttert. Ja. Füttere deine Katze. Ja, mache ich. Die kriegt das Huhn. Und das. Und ich habe ziemlich viele Punkte. Und ziemlich viele Aua, Aua. So. Bin mal gespannt. Das dritte Tutorial machen wir schon nicht mehr. Weil eigentlich ist es nicht so witzig. Ich mache mal ganz kurz die Nase. Das dritte Tutorial machen wir schon. Also. Ach, jetzt verstehe ich das. Das ist nur das. Das sind alles noch, um Gottes Willen. Sprühflaschen und Streuner. Oh, die Nase, das gibt es doch gar nicht. Ich glaube, wir müssen das nicht mehr weiterspielen. Es ist ein knobliges, witziges Kartenspiel, aber naja, das spielt man so für sich. Ja, also es ist spielbar und es fesselt einen auch. Also ich hätte das auch so toll noch spielen können, aber ich denke mal, wir wollen voran machen. Jetzt ist die Frage, sollen wir gleich mit dem Monster anfangen? Ich glaube, wir machen weiter mit Re-Legend. Da hattest du dich drauf gefreut. So, okay, zack, Re-Legend. Das hört jetzt gar nicht mehr auf. Press an die Button. Das war doch auf Deutsch. Options. Ah, nee, das war... Also, doch, ich habe verges... Ah, super. Darauf muss man erstmal kommen. Ja, 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 okay. So, es geht, was? Ja. Neues Spiel. Was? Nein, neues. Ramm, 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 ramm. Mädchen. Das ist süß. Augen. Ist eigentlich egal. Outfit. 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 Mein Name? Mirki. Ja, ja. Ähm, fängt schon gewalttätig an. Und jetzt? Sieht aus, als wäre etwas mehr angespielt worden. Sieht zu seltsam aus, um irgendeine Pflicht zu sein. Ist es tot? Ja, Ende. Den Ozean sei Dank, es lebt. Hey, bist du in Ordnung, Kind? Erholt sich ziemlich schnell, ich bin beeindruckt. Bei diesem Tempo wird euer mysteriöses Treibgut hier raushumpeln, im Gegensatz zu dem Krabbeln, das ich ursprünglich vorher gesagt hatte. Was? Das sind flosstastische Nachrichten. Ich wusste, ich glaube, ich zähle, Edna. Ich bin sicher, dem Kind wird es gut gehen. Flosstastisch. Wenn wir optimistisch sind, wird es vielleicht sogar laufen, möglichst dann in gemütlichem Tempo. Okay, ein bisschen was von dem Humor gefällt mir. Oh, du bist wach. Hey du, siehst aus, als hättest du es geschafft. Mein Kind, du bist im Krankenhaus von Wockerstadt und vor drei Tagen hast du am Ufer von meinem Haus gelegen. Du hast dich nicht bewegt und ich dachte schon, du bist tot. Zum Glück lag ich falsch. Da du gerade erst zur Berufszeit gekommen bist, fangen wir mit einer einfachen Frage an. Wie heißt du, Kind? Melki? Interessant. Du scheinst dir bei deinem eigenen Namen nicht ganz sicher zu sein. Faszinierend. Eigentlich hatte ich bei dir keine größere Kopfverletzung bemerkt. Was ist das letzte Wort, worauf du dich erinnerst? Also kannst du dich an nichts erinnern. Wie unangenehm. Ich hatte so viele Fragen. Ich nehme an, es gibt nichts, was ich im Moment noch tun kann. Du kannst gehen. Hab deine Gedächtniskrise woanders. Die ist witzig gemein. Lieber Dorsch, Edna. Ich weiß, du bist eine brillante Krankenschwester und so, aber du musst das Kind schonen. Neben ist Edna nicht übel, Melki. Sie ist normalerweise sehr nett. Sie ist einfach ein bisschen mürrig, weil du keine Antworten mehr parat hast. Ich lasse es dann euch. Ich gehe zurück auf meinen Posten. Also ich heiße Papa Pia. Ich bin der beste Fischer-Pinguin in der Gegend. Ich lebe mit meiner Familie im Osten der Insel. Wenn es dir besser geht, komm uns jederzeit besuchen und probiere den unglaublichen Viechantopf meiner Frau. Oh, habe ich fast vergessen. Du solltest mit Moku, dem Bürgermeister, sprechen. Er hat gesagt, er möchte sobald wie möglich mit dir reden. Ja, da ist er. Nördlich Stadtzentrum. Guter Mann. Okay. Das kann ich. Okay. Wenn dir das Glückwuner das Kristallschirm, kannst du F drücken und damit zu interagieren. Mhm. Du, 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 du. Ja. Okay, okay. Schön. Drücke M, um dir das Haus des Bürgermas einzusetzen. Mhm. Da. Wo bin ich? Ich bin hier. Und da soll ich hin. Mhm. Mhm. Ja. Ich finde es auch bis jetzt sehr, sehr hübsch. Ich hoffe, ich habe die Karte richtig verstanden, weil Orientierung ist nicht mein... Ich glaube, das war richtig, ja. Ach so, ich kann ja... Oh, das springen ist ja lustig. Sind wir schon da? Jo. Äh, äh, F. Ah. Du musst die Person sein, die hier vor ein paar Tagen angespült wurde. Lass dich ansehen. Ich bin Bürgermeister Amoku. Ich verstehe, dass die Umstände, in denen du dich wieder fühlst, nicht ganz angenehm sind. Gestalt mir doch, dich offiziell in unserer bescheidenen Stadt am Meer willkommen zu heißen. Nett. Ich bin froh, dass du wieder auf den Beinen bist. Ich hoffe, dass unsere liebe Krankenschwester Edna einen guten Eindruck bei dir hinterlassen hat. Geht so. Sie kann auf neue Kombination auf Tagen gefühllos wirken. Jedoch, ich bin überzeugt, dass er sich besser zu dich gekümmert hat. Also fühlst du dich besser? Ich fühl mich viel besser. Mhm. Ich weiß es nicht, aber ich glaub mal. Äh, ja, Jugend. Aber dennoch, du hast dich wirklich schnell erholt. Einfach wundervoll. Als Pia dich durch das Dorf trug, war sogar ich unsicher, ob du überleben würdest. Du musst die Kraft eines Magnus haben. Weißt du nicht, was ein Magnus ist? Nein. Ich verstehe. Pia erwähnte einen Gedächtnisverlust. Nun bitte. Oh, cool. Notfall. Emilia, Emilia ist verschwunden. Bist du dir sicher, Gunther? Sie sollte mir vor Stunden Kräuter vorbeibringen. Du weißt, wie sehr sich dieses arme Mädchen anstrengt. Sie würde mich niemals so lange warten lassen. Außer ihr ist etwas passiert. Wir müssen sie finden. An wen erinnert mich der denn? Naja. Hm. Dein Kriegerinstinkt hat mich noch nie im Stich gelassen, Gunther. Ich glaub dir, das ist in der Tat ernst. Gunther? Hm. Da die Magnus um die Stadt herum in der Stadt immer aufgeregter und gewalttätiger werden, können Emilia in erster Gefahr sein. Okay. Emilia ist unsere beliebte Stadtbewohnerin und es scheint, dass sie ja beim Kräuter sammeln verschwunden ist. Ich helfe euch. Zack. Jaja. Entschuldigung. Gut. Wir teilen uns auf und decken, so mehr Fläche ab. Hier nimm dies. Suche Westwärts, wenn du das Dorf verlässt. Ich schau nördlich um die Höhlen herum. Wow. Geht aber schnell. Du hast einen Gunther, Waffenhalten drücke I. Doppelklicken. Okay. I. Achso. Ich hab verschiedene. Okay. Achso, warte mal. 1 ist Essen. 2 ist Bogen. Anfingerschwert. Und das da war? Anfänger Doppelschwert. Level 1. Ja. Plus 10. Anfänger Stab. So, komm. Wir machen jetzt erstmal hier. Naherkampf. 12. 10. 12 plus 10. 5. Ist das besser. Achso. Ja, gut. Hm, gut. Was? Okay, seltsam. Ich wollte gerade sagen, dass es meiner Orientierungslosigkeit ganz entgegen ist, das klappt ganz gut. Das war aber falsch. Ne, so. Ich weiß nicht, bin ich richtig? Ja. Oh, da muss ich hin. Ich habe eine Seemuschel. Lasst mich in Ruhe. Bleibt weg, ihr dreckigen Bauchplatscher. Wie einen dreckigen Bauchplatscher. Kämpfen. Add. Add drücken. Wie soll ich Add drücken? Sobald die Waffe, kannst du sogar rechte Masse. So. Wirklich Add? Hey. Wirklich Add. Ich hatte noch nie ein Problem mit den Magnus hier. Ich habe nur ein paar wilde Kräuter gepflückt. Wie sonst auch. Und dann haben die Bauchplatscher angegriffen. Äh, aber warte. Wie unnötig von mir. Du kennst meinen Namen. Aber ich habe dich vielleicht nach deinem gefragt. Verwärts mir bitte deinen Namen. Milky. Milky. Gunther, der Bürgermeister, haben dich geschickt. Sie haben hoffentlich keine inselweite Suchdruck organisiert, oder? Ne, ne. Doch. Gib mir einfach einen Moment Zeit, wieder zu Atem zu kommen. Ich bin einfach froh, dass es vorbei ist. Danke nochmal. Ich weiß nicht, was passiert, wenn du später gekommen wärst. Mhm. Wir sollten sie lieber nicht noch länger warten lassen. Entschuldige die Wartezeit. Lass uns gehen. Ich hätte gerne diesen Kürbis. Der Göttchen sei Dank. Mhm. Die, die mich angegriffen haben. Das sah aus, als ob sie etwas mit ihnen nicht stimmt. Mhm. Moko und ich haben beobachtet, dass in letzter Zeit ein bisschen aggressiv geworden sind. Warum? Haben sie mir in Ruhe gelassen? Und die haben einfach nur angegriffen? Das ist schlecht. Ja. Wir müssen also Vorkehrungen treffen. Ja. Im Moment ist das Beste, wenn du nicht ohne Bekleidung dorthin gehst. Deine Sicherheit hat vor. Ich verstehe. Ich werde mich an ihren Rad halten, Bürgermeister Moko. Übrigens, du musst müde sein. Hast du einen Ort, an den du zurückkehren kannst, um dich auszuruhen? Hm. Na so ist. Warum bleibst du denn nicht hier? Wo? Ich kenne genau den richtigen Ort für dich. Es gibt eine gemütliche kleine Farmer am Rande der Stadt. Da, jetzt kommt das Farming. Hm. Super. Schubti-Duhu. Da sind wir wirklich ein maligere Ort. Meinst du nicht auch? Es mag im Moment nicht nach viel aussehen, aber irgendwann hast du ein Bett zum Schlafen und ein Dach über dem Kopf. Und wer weiß, mit ein bisschen ehrlicher Arbeit kann es sogar so gut wie neu aussehen. Die Farm zu verschönern ist jedoch im Moment nicht vorrangig. Wichtiger ist, dass du erst einmal ausreichend Schlaf bekommst. Danke nochmal, dass du Emilia gerettet hast. Wir sprechen uns morgen. Komm, 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 komm. Hm. Ist schon süß. Hm? Da ist ein Geist. Das ist dein neues Zuhause, kannst du speichern und dich ausrunden. Interagiere mit der Lampe, um dein Spiel zu speichern. Im Multiplayer-Modus wird automatisch gespeichert. Ja, den habe ich aber nicht. Interagiere mit dem Bett, um bis zum nächsten Morgen zu schlafen. Du solltest vor Mittelnacht schlafen. Deine AP hin, nimm sie zu spät schon als sie nimmt ab und du wirst unmöglich, weil sie auf Null fallen. Das ist wiederum etwas sehr... Hm. Na? Stardew Valley. Hm. H. Hausanpassung. Um die Kamera zu legen. Q. Also H. Hm. Ja. So. Was? AP ist ein wichtiger Aspekt der Reise eines Helden. Ehe dir Aufgaben zu erlegen, kostet Auszahl, musst du dir zu fühlen, kannst du unmöglich werden. Du wirst ins Krankenhaus in Wockerstadt geschickt, aber sei vorsichtig. Sogar Helden fühlen sich nicht so toll, wenn sie zu oft ins Krankenhaus müssen. So. H. Okay, das ist mein Bett. Das habe ich ja schon. Was ist das da? Saat. Ah, da ist er. Das ist das da. Das habe ich ja alles schon, außer dem Tisch. Wo ist der Tisch? Ach, ist alles schon da. Gut, wir haben sonst nichts. Gut. Bestätigen. Zurück. Und jetzt? Ah, da hat er gewartet. Ich habe Helden aufgeschlafen. Immer positiv. Und da du vielleicht eine Weile. Hier bleiben jetzt möchte ich dir die Farben zeigen. Du wirst dir helfen, dich mehr zu Hause zu fühlen und dich mit den Gegebenheiten des Lebens besser vertraut zu machen. Die brauchen den Bauern, sei doch ehrlich. Ja, ja, machen wir. Das hier ist der alte Farben. Was denkst du? Ich weiß, es sieht noch nicht nach viel aus, aber ich kann garantieren, dass dies der beste Platz der ganzen Insel ist und Pflanzen anzubauen. Du musst dir etwas Zeit nehmen und dir Mühe machen, das Unkraut und die Tour zu beseitigen, aber mit einer aufgeräumten Farm könntest du deine eigene Ernte anbauen, um sie zu essen und zu verkaufen. Die Stadt kann immer einen stetigen Nachschub an frischem Lokal der Ernte gebrauchen. Ich habe doch gesagt, die brauchen einen Bauern. Ich habe es gesagt. Aber warum? Wenn es jemals etwas gibt, was du verkaufen möchtest, dann leg es einfach in diesen Pfad. Das ist schon sehr stade überlegt. Gunther ist für die Abholung zuständig und wird jeden Morgen vorbeikommen, um nach Lieferung zu sehen. Gunther wird das Geld im Sandbehälter belassen, also vergiss nicht, es abzuholen, wenn es angekommen ist. Alles, was du hier hineinlegst, wird in die Stadt geschickt, um benutzt oder konsumiert zu werden. Achte darauf, dass du keine Dinge reinlegst, die du brauchst oder behalten willst. Sobald Gunther zum Einsammer gekommen ist, wird der Inhalt für immer weg sein. Gut, so toll. Hier ist die Fischfarm, voll ausgestattet mit Netzen und einem Futterspender. Wie der Name schon sagt, kannst du die Fische, die du hier gefangen hast, behalten. Wenn du neugierig auf Angeln und Fischzucht bist, solltest du Papa Pia finden. Ich bin mir sicher, dass er mehr als glücklich wäre, dir das Angeln beizubringen. Ich bin selbst ein Neuling, aber mit Fischen, die so groß und stark sind. Du kannst sogar am saisonalen Fischwettrennen teilnehmen, das Papa Pia immer am Ende des Monats abhält. Der Weib ist schon... mhm. Wie seltsam aus dem Stall wird der heiße Stein von Wokka genannt. Früher gab es hier eine heiße Quelle, bis eines Tages diese Felsen auf die Quelle fielen. Ich erinnere mich noch an die Tage, als ich im warmen Wasser das heiße Quelle baden konnte und nichts war entspannender oder frischender. Wenn nur jemand diese Felsen zerbrechen könnte, was würde ich tun, um wieder diese Quelle zu baden? Jemand, mhm. Nun, damit ist der Regenkreis irgendwie verändern. Sie hat eine Menge Potenzial, meinst du nicht auch? Hier sind einige Werkzeuge, die dir dein Einstieg erleichtern. Nun, ich werde diesen Ort deiner Oper überlassen, Melky. Es liegt ganz an dir, was du damit machen willst. Denk dran, dass das Land oft diejenigen großzügig belohnt, die es mit Sorgfalt und Mühe pflegen. Die haben nur einen Bauern gesucht. Bitte komm auf meinen Besuch in der Stadt vorbei, sobald du dich eingelebt hast. Ich habe gehört, Emilia freut sich sehr darauf, wieder mit dir zu sprechen. Sie ist in der Gegend des Kiosks, örtlich vom Stadtzentrum. So, 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 so. Mhm. So. Mhm. Das ist sehr, sehr stark, weil ich... Mhm. Mhm. Nein. Da ist ja Emilia, oder? Hallo. Ach nee. Nein. Es hat gegen irgendwelche Starken mit Magus gekämpft. Es ist überlebenswichtig, im Kampf die Ruhe zu bewahren. Na gut. So, ich guck mir mal diese Steine an. Inventar. Einfache Hacke. Gehen wir mal auf die 4. Gefg ist keine. Okay. Okay. Aha. Ne, das wird nichts. Wir brauchen also Werkzeuge. So. Mhm. 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 So. 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 schauen wir uns mal ganz kurz an. Da bin ich. Okay. Okay. Da. Ne. Da sind die Steine. Gut. Dö, dö, dö. Co. Hm. Hm. Können wir da näher ran. Hm. Können wir da näher ran. Die Karte ist nicht so tolle. Ähm. Dann bin ich jetzt doch schon da. Gut. Hallo. Oh, Willkommen. Mägi, schön dich wiederzusehen. Du siehst aus, als könntest du Bäume ausreißen. Mhm. Ich kann dir nicht genug dafür danken, dass du mich neulich gerettet hast. Du warst so wirklich mutig. Du wohnst jetzt auf der Farm. Richtig. Zumindest bis du weißt, wo du gehen willst. Ich weiß nicht, ob es dir was nützt, aber bitte nimm diese Samen als Zeichen meines Dankes. Wenn ich entscheide, die Samen anzupflanzen, habe ich, dass die Göttin dir eine reiche Gernte gewertet wird. Oh, und bitte seh dich ruhig oben in meinem Shop. Ich war es jetzt nicht wirklich beeindruckend, aber ich versuche alle möglichen Gegenstände, bevor ich sage, wenn du das siehst, was dir gefällt, lass es mich wissen, ok? Wir können auch jederzeit einfach nur reden, wenn du willst. Hehe. Ja. Aber bevor ich es vergesse, such dich. Wir finden wahrscheinlich auf dem Campingplatz. Hm. Wie soll es mir gehen? Wer bist du denn? Ja, ja, ja. Sprechen. Oh, willkommen. Oh, weh. Ja. Hallo. Shop. Aha. Wie viel habe ich? Gar nichts. Das ist super. Ich brauche 600. Ich brauche 1300. Ok. Na gut. Wir gehen mal zu Mori. Nicht zu Mori. Mori ist die kleine da unten. So. Ah, da oben. Gut. Kommen wir da irgendwie. Und da unten. Ich fahre. Hook. Mach mal. Mh. Mhm. Mh. Mh. Ups. Mh. Mh. Was? Wieso? Wie kam ich da hin? Hä? Na toll. Was? Was? Immer da? Mit der Karte bin ich eher unzufrieden. Na ja gut. Hi. Richtig, hab ich. Ich hab was, was ich dir geben wollte. Ohhhh. Ohne wenigstens Fischen zu lernen. Entspann dich gegen Fischen ist einfach und leicht, also du brauchst einen Platz zum Fischen und eine Angelroute. Und zu dem was passiert, wenn die Fische anfangen zu beißen, hol zu. Du musst folgendes machen. Es ist sehr, sehr, sehr... ähm, na... Stardew Valley. Was, was, was? Was? Hm, gibt nichts mehr als einen schönen großen Fisch. Bewege dich zu angeln, statt dort, um dir einen Fang zu angeln. Hm? Hm? Oh ne, nicht das! Was? Ich hab keine Angel. Ich... ähm... Ähm... Hallo? Wie die Gerüte. Ja, das wollte ich nicht. So, jetzt aber. Nein. Fünf. So, jetzt aber. Nein. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was? Ich hab's nicht verstanden. Hilfe. Puh. Ruhe. Mhm. Ne. Sag mal. Hm. Nicht jetzt schon. Na gut. Flos tauscht sich. Mach drauf. Gute Idee wäre. Wenn du dein Fang des Tages zu meiner lieben Frau Mia bringst, kann sie wahrscheinlich etwas richtig leckeres kochen. Ich wette, sie könnte dir auch ein oder zwei Dinge über das kochen beibringen. Gut. Was? Schau zur Putzung erstmal aus. Man sieht ein bisschen klein aus. Was? Was? Komm her, ich zeig dir was. Entschuldigung, aber das... Genau. Schau her, Kind. Was denkst du? Wow. Das ist ja mein ganz eigener Fischteich gebaut. Mit meinen eigenen zwei Flossen. Ich bin mir sicher, dass den auf deiner Farm auch gesehen. Jetzt hörke, wie du deine Fische züchtest. Alle Fische gefangen hast und behalten und aufziehen willst, musst du zuerst in den Fischteich werfen. Einmal im Fischteich gelten sie als deine Fische. Ah. Dieses neumodliche Gerät hier ist ein Fischfutterspender. Tu das Fischfutter hinein und es wird dir entsprechende Menge verfüttert, je nachdem wie viele Fische du im Teich hast. Du kannst Fischfutter von Emilia im Gemichtwarenshop kaufen. Nur wenn deine Fische gut gefüttert und gesund sind, werden sie größer und stärker. Ein ausgewachsener Fisch wird in der Lage sein, schneller zu schwimmen und größere Folgeveranstaltungen wie Fischrennen zu erzielen. Nun, hast du gut aufgepasst, Kind, ich hab dir ein paar Angelregalen verraten. Für den Fisch jeden Tag und sie werden in dieser Zeit groß und schmerkhaft sein, das ist sicher. Ich führe schon seinen großen, den wir zum Beispiel bei mir mitnehmen können. Ich denke, dass sie um diese Zeit mit der Kalifier sein müsste. Ich kann es kaum erwarten. Ja, alles noch sehr total. Hallo. 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 Ja, du bist immer als kleiner, als ich dachte. Ich meine, wenn ich von der Beschreibung aus gehe, die ich wieder von ihrer Rettung gemacht habe, sie hat dich einfach als sehr stark und muskulös beschrieben. Bitte sagen, ich bin nicht böse. Nö, nö, ist okay. Falls du es noch nicht bemerkt hast, Kind, das hier ist meine liebe Frau Mia und das ist Mori, einer der talentiersten Köchin in Wockerstadt. Die habe ich schon kennengelernt. Die ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, zurückhaltend. Oh, dieser Geruch. Ich habe vergessen, dir etwas zu sagen. Kind, Mori kocht nur mit Fleisch. Aus irgendeinem verrückten Grund ist sie kein großer Fan von Meeresfrüchten. Wir sollen das aushalten. Nicht nur der Geruch, sondern auch die Schuppigkeit und diese großen, fischigen Augen, die einen einfach anstarren. Oh, Mori, die wissen, es gibt keinen Grund, so schroff zu reagieren. Da Pyr dich mit einem frisch gefangenen Fisch in der Hand hierher gebracht hat, musst du von ihr erwarten, dass ich ihn zubereite. Du kennst mich zu gut, Mechia. Aber eigentlich hatte ich gehofft, du könntest dem Kind etwas von der Weisheit vermitteln und mir beibringen, wie man kocht. Oh, mit Freude kocht jetzt eine Kunst und ich würde mich freuen, niemandem zu helfen, sie zu erlernen. Na, 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 ich habe das perfekte Rezept an deiner Reise in die Welt der Kochkünste zu beginnen, Schätzchen. Ich bräuchte etwas schmackhaftes Fleisch von dir, wenn es dir nichts ausmacht, Mori, Liebes. Oh, Fleisch? Tut mir leid, aber ich habe im Moment leider nichts auf Lager, denn Hugo waren gerade hier und sie haben alles schmackhaftes Fleisch gegessen, das ich hatte. Oh mein Gott, ja. Ich bestelle Neues. Aber wenn du trinkt, welches brauchst, Milky, du kannst immer noch Magnus jagen gehen. Was würde das Gericht noch besser machen, dass Fleisch frisch ist, hehe. Klingt nach einem Plan, na gut Kind, du weißt, was zu tun hast. Oh, ja, warten bis du zurückkommst, streng dich an. Ah, nicht zu sehr anstrengend, genau. Inventar. Ne, den will ich nicht. Den will ich ja, äh... So, M. Ich muss irgendwie nochmal zurück. So... Oh. Hey da, du, vernässe ich doch gerade nicht deine Arbeit. Oder? Ich werde auch heute hart arbeiten. Okay. Wow. Was? Ich habe meine Fähigkeit verbessert. Wie? Was? Ähm... Wo bin ich? Warum bin ich da? Okay. Ähm, ja. Ein Pinienzapfen. Ein Pinienzapfen. Ähm... Achso, gut, war richtig. Ich geh jetzt auf den Babys klatschen. Ähm, warte. Hä? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hätte ich noch jemanden? Diese Flossen können Metall schneiden. Ich warne dich. Oh. 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 Hey, Oldtimer, hast du etwas, das gut riecht? Riecht dich? Jetzt wird's schon rüber. Was? Der Drang scheint Honig zu sein. Versuche ich mit Fleisch zu füllen. Drückgerechte Maße. So, was weiß ich. Hm. Aha. Aha. Ey, wo ist denn das Fleisch? Moment. Äh, I? Na. Ähm. Ich mach's einfach mal auf die 3, dann bleib's vielleicht auch da. Und jetzt? Ich hab's geschafft. So was hab ich von meinem Oldtimer mal bis jetzt noch nicht gesehen. Wie ist das passiert? Hast du einen Oldtimer geklautzt? Was hast du getan? Äh? Sagt halt gar nichts. Schau, was du gemacht hast. Ja, deine Geschrei muss die angelockt haben. Sag ruhig, ich hab versucht sie mit meinem Geschrei zu verscheuchen. Das wirst du nicht verstehen. Schließlich bist du nur ein Mädchen. Was? Bitte aufzustreiten. Mhm. Aha. Was? Aha. Was? Aha. Ich bin ein Tier. Ich bin die Jüngste. Und auch die lauteste Hülsuse aller Zeiten. Oh Gott, ja. Ich überschreie. Besteckten Schwierigkeiten. Der Oldtimer ist auch hier. Kommst du zu spät, alter Mann. Nimmel ist mehr in Schwierigkeiten. Wie hast du mich genannt, du kleiner... Oh, also du hast die Kinder gerettet. Gut gemacht, Milky. Und du sagst, du hast diesen Trak um heute gezwemmt. Hm. Jetzt bringen wir euch Kinder zurück zu euren Eltern. Milke, du kannst mir auf dem Weg alles darüber erzählen, was passiert ist. Mhm. Ich würde aber ganz gerne... Ja. Was macht die Kinder hier? Was ist denn los? Was ist denn... Ist das ein Magnus? Wenn es es geschafft ist, zu zähmen, Schätzchen? Und es scheint wirklich freundlich zu sein. Boah. Das ist nichts passiert, aber es geht uns allen gut. Aber ich bin wirklich hungrig. Kannst du gerade nur an Essen denken? Eigentlich, ich bin noch irgendwie hungrig. Können wir jetzt Essen drehen? Vielleicht soll ich unseren Pingu wie ein Kindertil nach Hause bringen? Dann kannst du den Kindertil nach Hause bringen. Ja. Das wäre sehr hilfreich, ja. Hm? Dann, wir treffen uns zur Nahrung der Fahrt wieder. Was? Ja, mach ich. Was? Das ist eine Schande. Aber ich nehme an, die müssen wir wohl improvisieren, folgende Schätze. Aber glücklicherweise habe ich noch etwas Großfleisch, das von der Schande ist. Das Ergebnis wird nicht dasselbe sein, aber es sollte trotzdem verdammt lecker sein. Gut. heute Abend... Tja, und jetzt? Tja, und jetzt? was so ancx- Ja, und jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ja, wie? Ich habe keine. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Okay. Uh-huh. Okay. Ich habe es nicht verstanden. Danke. Ja, ich habe mir vor mir alles geklärt, Gunther. Gunther, klar Gunther, er sieht aus wie Günther. Das ist nicht wahr, oder? Sagt euch Günther was oder Gunther? Ich muss das ganz kurz, ich muss unterbrechen. Moment, ich dachte die ganze Zeit, der kommt mir irgendwie bekannt vor, oder heißt auch Günther. So, kleinen Moment. Ähm. Ähm. Nicht der. Tra. Lala. Da. Da ist doch Gunther. Ja, ja. Genau. Gunther. So, Moment. Ich mache ganz kurz mal den Ton aus. Und wartet, wartet, wartet. Jawohl, da ist er. Das ist dieser verrückte Sänger. Oh Gott, das ist eine schlechte Qualität. Furchtbar. Opsa. Dann zeig ihn doch mal. Ne, ich kann das, das ist zu schlecht. Moment, 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 Moment. Gunther. Was hat denn der noch? Moment. Nicht deutsch. Ja komm, dann nehmen wir doch, dass da so ein Live auftritt. Oder, das ist er doch. Kann man das jetzt sehen? Das ist Gunther. Ein sehr verrückter Sänger. Mal ganz kurz Ton. Ich bin mir sicher, das ist eine Anspielung. So, ähm, 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 ähm. So, machen wir den wieder weg. Na? Und, also ich muss eh sagen. Das ist er. Ah! Hallo! Ja, das ist schön, aber guck mal. Boah, das ist, das ist Gunther. Mal ding ding dong. Gut, gut. Ich hoffe, es macht ja nichts aus, dass ich mich bei der Farm ungesehen habe. Das ist doch kein Zufall, oder? Der hat diese Brille und diesen Schnurrbart und diese Frisur. Ah, das ist schön zu sehen, dass ihr heute wieder so blendig seid. Ja, wir reden. Lass uns über deine Tragung und sprechen. Genau, folgen mir. Wir können in der Scheune weiterreden. Aha. Ich bin mir sicher, wie du es geschafft hast, diesen Magnus zu zählen. Aber wenn man bedenkt, wie sehr du das schon ins Herz geschossen hast. Noch mehr von ihnen zu zählen? Ja, würde ich das? Ja, auf jeden Fall. Ah, you touch my tralala. Aufgrund der Feindseligkeit, die wir kürzlich von Magnus an der Info gesehen haben, werden sich die Stadt Bruma nicht wirklich wohl dabei fühlen, wenn Magnus durch die Stadt laufen. In Zukunft wieder. Ja, darum habe ich dich gebeten, mir hierher zu folgen. Jetzt bin ich gespannt. Du kannst Magnus, mit dem du dich angefreundet hast, in dieser Scheune senden. Sie ist groß und sicher genug, um sie unterzubringen. Aber dass die das einfach so in ein Spiel einbauen, ich finde es schon krass. Aber mit dieser Brille, das ist schon so eindeutig. Also bitte nutze sie gut und achte darauf, dass du alle gut behandelst. Wir wollen keinen Magnus-Auftand, verstehst du? Vielleicht solltest du dich jetzt ein wenig ausruhen, du scheinst einen langen Tag gehabt zu haben. Ich sehe dich dann später, Milke, wahrscheinlich früher als du denkst. Ha! So. Aber wir haben noch zwei Spiele. Ich würde sagen... Ja. Das ist das Scheunenbuch. Äh, genau. Aha. Es scheint wirklich sehr komplex zu sein. Das geht also noch ziemlich viel weiter. Aber es ist auch ein Vollpreis. Also es ist auch schon... Es ist kein Triple-A, aber schon so ein Baum. Äh, Epic Chef auch, aber noch... Ich denke mal noch... Ähm... Größer. Also ich sehe da sehr, sehr viel... Ähm... Statue Valley auch. Nur kommt jetzt wahrscheinlich noch die Story dazu, weil wir müssen ja auch herausfinden, warum wir am Anfang gestoßen wurden und von wem und warum... ... Wie kann ich den zur Scheune... ... schicken? Nein. Ähm... Achso, das ist das Pokémon-mäßige. Ja, stimmt. Also Pokémon sind auch noch drin. Aber wie gesagt, es ist also von Epic Chef auch definitiv auch was mit drin. Aber halt eben nicht so viel... Äh... ... Augenmerk auf das Kochen. Oh. Schönes Feature. Da ist ne Minimap. Ne, der kommt wieder mit. Oder? Oh. Ja. Was ist das da? Das ist nichts. Warum bin ich denn wieder da? Ne, hier bin ich falsch. Also die Orientierung ist hier nicht so ohne. Ach, doch. Also... ... ich mag halt eben so dieses Aufbau... ... und... ... ja... ... ich mag also so... ... so Spiele auch wie Stardew Valley oder... ... Original halt eben natürlich... ... äh... ... Harvest Moon. ... ... ... ... ... ... Da wollte ich nicht hin. ... also die ähm... ... und hier gibt's ein Teleporter heißt irgendwie. Wo ist denn dieser Teleporter? Ne, hier nicht. Den gibt's auf dem Stadtplatz. ... ... weil... ... also ich bin damit tatsächlich... ... nicht aufgewachsen. So was gab's... ... auf dem 64er. Womit ich ja aufgewachsen bin... ... nicht. Genau. So. Warte mal, M. ... da... ... jetzt brauche ich aber auch nicht mehr zu... ... wo... ... wo wohne ich? Hallo Gunther. Äh... ... ne. Ich weiß nicht, wovor ich wollte. Moment. Ah, okay. Was ist da? Ja, also... ... das ist das Tolle, dass man das Spiel halt eben... ... auf verschiedene Arten und Weisen... ... ähm... ... genießen kann. Mir zum Beispiel war die... ... ähm... ... was ist das denn? So, das Problem ist, dass ich nicht weiß... ... ich will doch einfach nur nach Hause... ... ähm... ... ähm... ... also dort ne Beziehung zu finden... ... dem Mädel immer wieder Kürbisse zu schenken... ... und so weiter... ... doch. ... ich hab selbst nie gespielt... ... ich hab da auch nur... ... äh... ... äh... ... äh... ... äh... ... was war das? Ich will doch eigentlich schlafen gehen... ... ja... ... da gibt es ja sogar Experten, die haben die zweite Höhle komplett geschafft... ... was können wir da reinlegen... ... was können wir da reinlegen... ... mhm... ... das nehmen wir... ... ähm... ... wo war ich? ... so... ... wie gesagt... ... Stadio Welle war ja später... ... dann wirklich... ... dann ging es dann in der Beziehung noch weiter... ... und du hast glaube ich sogar Kinder kriegen können... ... da kamen ja noch diverse Updates dann irgendwann... ... das habe ich dann auch alles nicht mehr mitbekommen... ... aber in der Grundversion... ... du musst... ... Verderbnis stoppen... ... ja das dachte ich mir... ... so... ... die gespenstische Farm... ... das wiederum... ... war auch bei... ... ähm... ... Epic Chef... ... ne... ... da war ja auch irgendwie... ... ja... ... ein Geist irgendwas... ... so... ... aber wir sind jetzt erstmal fertig... ... äh damit... ... ähm... ... zack... ... aber ich... ... sag... ... ja doch... ... das wollte ich nicht... ... wie komme ich da raus... ... also... ... Spiel... ... speichern... ... und... ... beenden... ... ähm... ... ja... ... ich mache ganz schnell mal den Gunter weg... ... um Gottes Willen... ... mhm... ... so... ... gucken wir auch ganz kurz mal... ... was ist das denn... ... ähm... ... ähm... ... ich guck ganz kurz mal... ... was das für ein Bundle ist... ... das da grad rauskommt... ... ach... ... Software... ... ah ok... ... schon wieder einen... ... ja... ... Spiele erstellen... ... ja genau... ... so... ... äh... ... äh... ... was mit Hüpfen... ... ich glaube ich habe tatsächlich noch was mit Hüpfen... ... und zwar... ... na so ähnlich... ... es ist etwas... ... aufwändigeres... ... ähm... ... Hüpfen... ... der... ... Headliner das... ... das... ... Spiel aus dem Must Play... ... und... ... ja... ... ich... ... glaub der 3er war besser... ... trotzdem... ... hä? ... warum... ... warum... ... warum... ... was ist das denn... ... warum... ... da stimmt irgendwas nicht... ... mit der Einstellung... ... ich mach's gleich richtig... ... ich hab's gemerkt... ... aber im Moment kann ich's noch nicht... ... da müssen wir doch schnell mal in die Einschirm rein... ... was ist das denn... ... hier... ... okay... ... ja... ... ja... ... ...okay... ... ... ja... ... jetzt geht es. Super... ... zurück... ... und neu... Das dritte habe ich als Let's Play komplett gesehen, kam aber mit der Steuerung nicht zurecht. Und hier kam ich mit der Steuerung erstmal ganz gut hin. Leider werden wir das Easter Egg, das da drin ist, ist halt AAA. Ja. Wir bereiten einen Test vor. Können wir zur Sache kommen? Natürlich, Senor Espinosa. Laut unseren Daten ist er der Sohn von Miguel Rodriguez. Meinem Miguel Rodriguez? Und? Und er ist hier. In Solis. Jetzt. Right here. Right now. Genau. Pum, pum, pum. Also, das ist die Superwaffe meines Vaters. Projekt Iapa. Er war ein guter Mensch. Ein Wissenschaftler. Kaum zu glauben, dass er dieses Ding gebaut hat. Mein Onkel war auch ein guter Mensch. Und beide sind jetzt tot. Viele offene Fragen, hm? Zeit für ein paar Antworten. Du schaffst das nicht alleine. Ich habe Leute, die uns helfen. Mira, ich habe sowas schon mal gemacht. Das hier ist anders. Ich komme klar mit schlechtem Wetter. Das ist mehr als schlechtes Wetter, Rico. Hör doch bitte auf mich. Mira, ein Plan ist eine Liste von Dingen, die schief gehen können. Meine Listen sind meistens kurz. Halt dich bereit. Wenn ich dich mit der Konsole verbinde, musst du Espinosa schnell finden. Er beantwortet meine Fragen. Wir zerstören Projekt Iapa. Abgemacht. Na gut. Dann viel Glück. Dann viel Glück. Die Katze will unbedingt zu mir. Oscar Espinosa redet dann hoffentlich. So. Kommunikationscheck. Höre dich laut und deutlich. Ich behalte deinen Fortschritt aus sicherer Entfernung im Auge. Die Straße ist durch eine Mauer abgetrennt. Kommst du da rüber? Okay. Wohin jetzt? Halt auf die Lichter auf der anderen Seite des Tals zu. Das ist ein verdammt großer Turm. Espinosa hat versprochen, dass er die Welt verändern wird. Keine Tornados und Hurricanes mehr. Und die meisten Menschen in Solis glauben ihm. Projekt Iapa wird ab heute kein Problem mehr sein, Mira. Falls dein Plan funktioniert. Er wird funktionieren. Na. Na. Geschafft. Gut. Folge den Rohren. Dann lernst du die schwarze Hand kennen. Ich kenne die schon. Bin auf dem Weg nach oben. Ja. Den kenne ich. Den Remix kenne ich. Okay. Okay. Juhu. Ich habe das Intro auch kurz schon gespielt. Um mit der Steuerung klar zu kommen. Weil bei Just Cause 3 habe ich es irgendwie nie geschafft. Na komm. So, jetzt müssen wir irgendwie da hoch. Na, das war doch nichts. Na. Toll. Na. Äh, ja. Du kommst. Da hin. Wir sind zum Feuer. Kann ich nicht mit dir behalten. Au. Ja. Ist das? Hallo. Hör auf. Hallo. Na. Wir müssen den Gegner binden. Eine Kiste voller Waffen? Na ja, die schwarze Hand zieht nie unvorbereitet in den Kampf Gut Da ist keine... Ja, komm Was wär Ach, komm Geht doch Hat er was dabei? Steuerung ist, ähm, ja Ich glaub, soweit hab ich's gespielt Guck mal grad hier noch hin, ob da irgendwas ist, was wir brauchen können Die waren nicht sehr angetan davon, dass ich mich umgeschaut hab Die schwarze Hand ist eine Gruppe von bestens ausgebildeten Söldnern Die von Espinosa kontrolliert wird Seine eigene Privatarmee Und noch dazu eine ziemlich gute Nicht gut genug So Ja Ich sehe die Vorsprünge Dann bist du richtig Kommst du irgendwie rüber? Kein Problem Das war nix Das hätte nicht so sein müssen Die Steuerung war immer schon ein wenig Irgendwie Ich sehe die Achtung, alle Einheiten der schwarzen Hand Auf dem Gelände ist es ein Einträglich Tötet den Feind, bevor der erste Test beginnt Irgendwie ist die Steuerung Also ich hab's noch nicht verstanden Ich hab das bei den Spielen alle und die waren gut Ich bin bei Projekt Diapa Rico Weiter im Gebäude ist eine Konsole Ich weiß nicht so genau wie du Ich finde schon einen Weg Ja genau Das ist das Ding Ja gut Können wir mal da lang Vielleicht da Da Ich könnte über die Entlüftung da hochkommen Wo soll ich denn hin? So Ach Gott, ja ich verstehe Nein Nein So Achtung, Achtung CDO ist wie los Anbieten alle Mitarbeiter Sich nach drittend zugegeben Wer steht in der Test des Projektes Ja Finde diese Konsole Du solltest besser nicht da draußen sein Wenn der Test losgeht Fast fertig So wo soll ich hin? Da lang Ja Warte mal Ach so, jetzt geht's. Ja, wie wär's? Nein. Es ist noch alles ein bisschen hakelig, aber naja. Ach, jetzt hat's geklappt? Ja, toll. Okay. Nein, ich will das da. Ich habe nichts mehr. Hallo? Was ist denn mit der Steuerung? Was war das denn? Ich weiß nicht, ich komme nicht so gut zurecht. Naja. Naja. Okay. Keine Ahnung. Wer schießt? Nein. Ey. Ich komme damit nicht so gut zurecht. Sie versuchen es doch schon, meine Liebe. Auch da oben. Tod. Noch einer? Woah. Lass doch mal auf. Hier sind eine Menge von der schwarzen Hand. Ich bin durch das Sicherheitssystem. Halt noch ein paar Sekunden durch, dann kannst du los Rico. Ich suche ihn. Klar, lass dir ruhig Zeit. Ja, den brauche ich aber nicht. Hallo. Ich habe sonst nichts mehr oder was? Was ist denn... Ah, was ist denn mit der... Ja, klar. Bring dich doch selbst um. Da. Ich habe ihn. Sein Büro ist fast ganz oben im Turm. Ich hätte gerne... Bin ich tot? Ja, ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Ich komme mit den Waffen nicht zurecht. Und... Ich verstehe das Waffensystem nicht. Da fehlt auch jede Art Tutorial. Hallo. Ey, hörst du mal auf. Da ist doch... Ich bin schon wieder tot, ne? Ich bin da. Verdammt. Ah. Wer von wo? Wo, wo? 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 Ich verstehe es nicht. Es ist glaube... Oh. 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 Was beginnt. Ah, toll. Wie komme ich jetzt da raus? Was? Ah. Irgendwas trifft da immer wieder mich. Oder? Da ist auch einer. So. So. Die ist ja immer noch im Leben. Danke. Oh, schon wieder... Sach... Nee, also... Irgendwie... Ach, ich habe die noch nicht gehackt, oder was? Och, Leute. Äh... Du bist drin, Mira. Okay. Bleib in der Nähe der Konsole. Sonst verliere ich meine Verbindung. Alle Einwenden. Der Feind hat Zugriff auf unser Netzwerk. Halte den Eindringling um jeden Preis auf. Scheiße. Halte sie einfach etwas auf. Ich finde ihn so schnell wie möglich. Sie versuchen es doch schon, meine Liebe. Sag mal, wieso treffe ich den denn nicht? Ich darf da ja wahrscheinlich nicht weiter weg. Hier sind eine Menge von der schwarzen Hand. Ich bin durch das Sicherheitssystem. Halt noch ein paar Sekunden durch, dann kannst du los, Rico. Ich suche ihn. Klar. Lass dir ruhig Zeit. Nicht nachladen. Hör auf. Was, 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 wo? Oh. Das ist die erste Mission. Hä? Das ist der ganze Aufwand. Und dann ist er ganz oben. Hä? Ich mag's nicht. Ich mag's nicht. Dass er noch liegt, ist unwahrscheinlich. Er ist kein gewöhnlicher Mann, Senor Espinosa. Ja. Wir sollten lieber sicher gehen. Ja, Senor Espinosa. Mal sehen, was Projekt IAPA bewirken kann. Senor. Ich muss noch ein bisschen fliegen. Es dauert einen Moment bis der Kern die volle Leistung erreicht. Könnten SIE ihn bis dahin etwas beschäftigen? Och Nö. Der liegt doch so gut wie tot. Man müsste es nicht selber machen, oder? Womit fliege ich da eigentlich jetzt gerade? Ihre Schwester oder so? Okay. Super Ziel. Was jetzt? Also das war nur das Intro und ich bin gestorben. Super. Ich glaube, ich bin da nicht schnell und geschickt dafür. Und ich, nicht, äh... Rico. Ja. Rico, hier ist Mira. Bitte antworte. Mira? Kommen, Rico. Bitte antworte. Mira! Rico, du meine Güte, du lebst. Ich hatte kein GPS. Ja, mein Enterhaken ist kaputt. Und mein Wingsuit. Fallschirm. Und ein paar Rippen. Ich muss das reparieren. Ich habe Werkzeug in El Abismo. Wo genau bist du? Im Wald. Keine Ahnung. Ich schicke dir meine Koordinaten. Hoffentlich klappt's. Aber ohne... Dreck. Wir sehen uns dann. Dreck. Scheiße. Scheiße. Das 3er wollte ich unbedingt mal spielen. Aber irgendwie... Das Spiel liegt mir nicht. Das Spiel liegt mir nicht. Also ich gucke da gerne zu, aber... Genau. Ohne meinen Enterhaken fühle ich mich, als würde mir ein Arm oder Bein fehlen. Ja, richtig. Hä? Hier müsste ich richtig sein. Mhm. Ich habe noch nie so etwas wie Iapa gesehen. Mira könnte recht haben. Wie soll ich das jetzt machen? Mira, ich bin in El Abismo. Die Leute hier haben offenbar keine Höhenangst. Du doch auch nicht. Stimmt. Aber normalerweise habe ich einen Fallschirm. Freut mich, dass es hier besser geht. Ähm. Hm. Ja, stimmt. Das ist ab jetzt ein Walken-Simulator. Ja. Äh. Scheiße. Was ist passiert? Alles in Ordnung? Nein, ich bin tot. Mir geht's gut. Mhm. Tot. Das hat wehgetan. Hallo? Hallo? Hm. Scheiße. Alles in Ordnung. Ja, mir geht's gut. Mhm. Ein Heli der schwarzen Hand? Das ist nicht gut. Hey, schwarze Hand! Ziemlich schnell leergefegt. Die Hälfte der Leute, die hier lebt, versteckt sich vor Espinosa und seiner schwarzen Hand. Mhm. Ja. Ähm. Ähm. Mhm. Super. Lass mich raten. Okay, okay, okay. Wie soll ich jetzt? Wohin? Äh, aha. Sieht schlimm aus. Wasser? Die schwarze Hand durchsucht das Dorf. Passiert das öfter? So gut wie nie. Vielleicht gab es einen Angriff auf Ihre Wetterstation. Mhm. Bergzeug? Danke. Sie ist sauer. Ich glaube, ich schaffe Projekt IAPA nicht allein. Das stimmt. Ich gebe zu, ich lag falsch. Du hattest recht. Ja, du. Sehr schön. Ist das etwa ein Notsignal? Dachte, für dich existiert die Agency nicht mehr. Hilf mir dabei. Was tun wir wegen IAPA? Wegen des Blizzards und wegen der Geschütze komme ich nicht nah genug ran. Ich habe da ein paar Ideen. Lass hören. Warte. Hör zu. Babam. Ihr Handeln in den nächsten Minuten entscheidet über das Schicksal dieser Gemeinde. Ich bin Kommandant Morales. Jahrelang habe ich Elabismo toleriert. Zur Erhaltung von Recht und Ordnung in Solis habe ich diesen Ort als Unterschlupf für Kriminelle und Gauner bislang geduldet. Aber letzte Nacht wurde ein Anschlag auf die Projekt-IAPA-Einrichtung verübt. Dabei wurde der Täter von einem hiesigen Verschwörer unterstützt. Wer ist das? Gabriela. Sie hat meinen Onkel umgebracht. Sie weiß, dass wir zusammenarbeiten. Wenn Mira Morales nicht sofort übergeben wird, bin ich gezwungen, eine eingehende Untersuchung durchzuführen. Dann wird jedes Haus durchsucht. Jeder einzelne Ausweis wird kontrolliert. Und sämtliche Vergehen werden umgehend bestraft. Du. Luis. Wo ist Mira? Wo? Ich muss das beenden. Gabriela! Super. Lass ihn gehen, Cousine. Ach, Cousine. Dann ist die Tochter vom Onkel. Wenigstens bist du nicht feige. Wenn dein Vater dich jetzt sehen könnte, würde er sich für dich schämen. Richtig. Ihr Verräter könnt dann ja über eure Enttäuschung sprechen. Im Gefängnis. Mhm. Glaube ich nicht. Bringt sie in meinen Hubschrauber. Wie ist sie jetzt überrascht? Hui. Also ich glaube schon, dass es ein tolles Spiel ist. Ja! 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 Ich glaube schon, dass es ein tolles Spiel ist. Ja! 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 Ich muss es zwar, aber ich muss es so selbst. Voll der Superman. Hallo. Hallo. General Kenobi! So. Wir haben wohl einen Aufstand ausgelöst. Wir haben die Leute da mit hineingezogen. Ohne sie haben wir keine Chance gegen Projekt IAPA. Tja, sie brauchen mehr Waffen. Also, am Ende dieser Straße gibt es eine Fabrik. Die ist verlassen. Casquillos Vacios. Vor Jahren hat die schwarze Hand dort Waffen hergestellt. Sehen wir sie uns an. Louis, richtig? Kümmer dich um die Leute. Jeder, der kann, muss gegen die schwarze Hand kämpfen. Schaffst du das, Sargento? Ja, Senior. Mira, ich muss mich um meine Ausrüstung kümmern. Ich treffe dich bei der Fabrik. Diese Jeans und alles immer so super männlich. Aber er ist nicht so männlich wie der Rico in 3er. Hoffentlich funktioniert das. Ha, perfekt. Hey Rico, ich bin's, Luis. Äh, ich meine Sargento. Mira und ich treffen dich in Casquillos Vacios. Nein, das wollte ich nicht. Hilfe. Ich bin da echt... Oh Mann. Ich glaube... Nein. Na doch, geht. Das ist die Fabrik? Sargento und Isi haben ein paar Nachforschungen angestellt. Sie können ihr Hilfe, den Laden zum Laufen zu bringen. Wer ist Isi? Bomm. Hallo, ich bin die Hackerin. Äh, hallo. Spiel, was du hast. Auf deine AR-Linse auf. Mira hat's mir gesagt, ist schon erledigt. Du hast eine AR-Linse? Ein kleinen Computer im Auge? So was in der Art. Los, fangen wir an. Na, ich komm nicht klar mit der Steuerung. Egal. Dann rennen wir halt. Man muss in dem Spiel eigentlich überhaupt nicht rennen, aber naja. Wer hat's ja schon gesehen. Ja, er kommt dann ab hoch. Das ist die. Und das war beim Dreier, das war dann Moritz Bleibtreu, der in Riko gespielt hat. Das war sehr geil. Nicht, dass das jetzt mein Lieblingsschauspieler wäre, aber... Ey, hör mal auf. Das sollst du nicht machen. Verfluchte. Ich komm halt eben überhaupt nicht gut mit der Steuerung zurecht. Und das war schon, als ich den Zweier probiert hab, nicht das Ding. Sag mal. Ne, ich komm da nicht hin, ne? Ich muss da hinfliegen, oder ich muss schwimmen. Kann ich schwimmen? Ich will... Na, komm. Hey. Sag mal. Okay, Sargento, dann lass mal hören. Alles klar. Deine Mission sieht wie folgt aus. Die Fabrik braucht Strom, aber die Türen zum Schaltraum werden durch Notgeneratoren verschlossen gehalten. Die Mission übernehme ich gern, Sargento. Deine AR-Linse zeigt dir, wo du suchen musst. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Gabriela weitere Truppen der schwarzen Hand schickt, um uns aufzuhalten. Wir brauchen dringend Waffen für diese Leute. Oh nein. Wo ist jetzt dieser blöde Hohenschrauber? Ey. Wo? Ja, genau. Na komm. Na, siehst du mal. Geh doch. Na komm. Jetzt. Ah. Oh Mann. Und jetzt? Wo ist er? Ähm. Das ist doch das Gebäude. Ähm. Ich kapier's nicht. Ich kapier's nicht. Ich kapier's nicht. Ich kapier's nicht. Ach Mann. Ach. Nee. Da ist er kein... Treibstofffässer. Hm. ah ja das ist so das ding der generator ist gut abgeschirmt kannst du ihn abschalten ich glaube ich bekomme die abschirmung mit meinem enterhaken runter ein generator ist erledigt was ist das denn egal ich nehme es da oben da ist das andere gut ich weiß nicht was ich der hopf zum schießen aber egal ja das ist wirklich wirklich toll zwei erledigt noch einer übrig ich höre den funkverkehr der schwarzen ja wo ist der dritte oh dann würde ich sagen ah ja das ist es ok da ist der letzte generator die generatoren sind alle ausgeschaltet und die türen haben sich soeben geöffnet es sind helis und bodentruppen hierher unterwegs rico bring den laden besser zum laufen sonst müssen wir mit stöcken und stein kämpfen ähm ja wo ist er ja wo ist er denn ich verstehe es nicht da da unten geht es nicht und jetzt da aha hier nein da rein kann ich da rein nein oh man das spiel überfordert mich hallo ziel da hat mir doch eben die ganze zeit so ein symbol äh da ja wo soll das sein ich kapiere es nicht hier ich gehe rein finde die sicherungen und leg sie um ok das machen wir noch da brauche ich meinen enterhaken aha aha wie soll das gehen ich versuche es mir doch zu erklären nicht viertel nach vor viertel 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 ok viertel 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 Lass mal erst mal. Ich weiß. Wo ist die? Da. Verspringen. Wir sind im Geschäft. Rufen wir alle zusammen. Okay. Sag, wenn es losgehen soll. Aha. Und jetzt? Was willst du jetzt? Ich habe keine Ahnung. Hallo? Ach so. Mhm. Ja, toll. Und jetzt? Ich kapiere es überhaupt nicht. Hallo? Was ist denn? Ja. Wie denn? Um zu sterben, ne? Ja. Ähm. Okay. Aber ich denke, das reicht. Das sind unsere. Die Waffen kamen zur rechten Zeit. Die schwarze Hand macht sich auf der anderen Flussseite bereit. Wir werden es ohne zusätzliche Kämpfer aber nicht schaffen. Irgendeine Idee? Wir wurden zu Soldaten seit deiner Aktion in den Slums. Stifte noch mehr Chaos. Dann werden noch mehr Chaos. Das ist das Entscheidende bei diesem Spiel. Das wolltest du also von Anfang an? Oscar Espinosa gehört dieser Insel. Wenn die Leute hier kämpfen, verlieren sie ihre Jobs und ihr Zuhause. Und außerdem haben sie kaum eine Chance gegen die schwarze Hand. Wir haben dasselbe Ziel, Rico. Du hilfst den Leuten gegen die schwarze Hand. Und wir helfen dir mit Oscar Espinosa. Okay, Mira. Ich bin einverstanden. Was nun? Ich hab ne Idee, Rico. Ich schicke dir auf der AR-Linse mehr Informationen. Ja. Eine ganze Armee des Chaos. Richtig. Armee des Chaos. Also Saints Row, das vierte, hab ich gespielt. Sogar ein komplettes Display gemacht. Aber hat halt eben einen sehr übereifrigen Mitspieler. Der, ähm, ja. Ja, komm. Das reicht jetzt. So. Verlassen. Also ich glaub, das Dreier ist insgesamt aber schon ein bisschen zugänglicher. Und bessere, ähm, bessere Dingens, ähm, bessere Synchronisation und so weiter. Wir spielen noch schnell das letzte Spiel. Also wie gesagt, das Dreier, ich würde lieber das Dreier als das Vierer spielen. Aber es wurde halt eben das Vierer ausgewählt. Ja. So. Ja, das ist jetzt wiederum was zum Runterkommen. Ich hoffe mal, dass ich es spielen kann. Sehen wir es schon. Hasbro. Ja, Hasbro. CodeSync. Mod. Oh, ich hab grad gemerkt. Ich hab die ganze Zeit was Wichtiges vergessen. Wartet mal. Wie heißt das Ding? Trans. Transformers, wie heißt das? Transformers Battlegrounds. Battlegrounds, super, dann fertig. Ich hab die ganze Zeit die Titel nicht angepasst. Das wollte ich eigentlich machen, aber egal. Wie die gute Hase drücken, super. Neues Spiel. Okay. Ja, der dritte ist es wohl. Eben, es durfte gehüpft werden. Ich war nicht gut darin. Missionsauswahl. Akt 1. Schwierigkeit, einfach Team auswählen. Zack, Start. Vor allen Dingen, ich bin ja, werde ich immer wieder sagen, großer Kronk-Fan und er spielt da auch eine Rolle. Der hat da eine sehr, sehr entscheidende Rolle gesprochen. Der Polizei-Chef Heat. Jetzt gibt's Transformers. Ich war nie der große Transformers-Fan, aber naja. Die Stimmung kenne ich. Dein Wunsch ist mein Eingabebefehl. Teletrain-X, echt nur nach oben? Genau. Sicher vor Blasterfeuer und einstürzender Infrastruktur. Und der Ausblick ist fantastisch. Interessant. Ich sehe eine Menge Decepticons direkt auf uns zumastieren. Was? Wo? Diese Stadt ist ein Labyrinth. Ja, etwas Navigation wäre sinnvoll. Vielleicht kann dir unser Erdling helfen? Ja. Ich habe auch deswegen Battle Tag und so weiter nie gespielt. Oder Mac Warrior oder was es alles gibt. Also Mensch, Bumblebee folgt nun deinen Anweisungen. Was wo zu tun ist. So schnell übernehme ich das Kommando. Benutze zuerst einen Standardangriff. Das ist die Aktionsleiste. Hier kannst du Fähigkeiten ansehen und ausrüsten. Ich weiß nicht, ob ich es mag. Um anzugreifen, rüste Blastershot aus und wähle dein Ziel. Immerhin Tutorial. Blastershot. Mein Ziel. Ich komme mal weg. Guter Schuss. Jeder Autobot kann nur einmal pro Runde angreifen. Also wähle dein Ziel weise. Versuch dich jetzt zu bewegen. Das geht jederzeit, auch ohne ausgerüstete Fähigkeit. Wähle ein Feld in Reichweite aus. Mhm. Okay. Was? Was willst du? Achso, Moment. Ja, das habe ich es verstanden. Perfekt. In jeder Runde stehen jedem Autobot drei Aktionspunkte für Bewegung und Angriff zur Verfügung. Bevor du eine Aktion durchführst, prüfe, wie viele Punkte verwendet werden. Entweder unter dem Cursor oder neben dem Bild des Autobots. Bei Zugbeginn werden alle Aktionspunkte zurückgesetzt. Währenddessen dürfen sich die Decepticons bewegen. Also so ein XCOM-like. Bumblebee, hörst du mich? Windblade, bist du das? Hey, Ratchet hat wohl endlich dein Sprachmodul repariert. Bin auf dem Weg. Ich wollte gerade sagen, der konnte auch gar nicht reden. Aber seid vorsichtig. Shadowstriker nähert sich deinem Sektor. Was auch immer du tust, lass ihn nicht... Oh, oh. Okay, Erdling. Jetzt liegt es an uns. Ja. So ungefähr. Gut beschrieben. Gut. Gut. Aha, hab ich dich. Mhm. Es war zufällig, ne? Aber ja, Eltern, die ihren 6-jährigen Kindern Runden-Taktik-Spiel mit scharfen Waffen kaufen. Genau das. Was? Okay. Ich hab drei. Machen wir auch gleich drei. Und Bom. Perfekt. Perfekt. Manche Angriffe erzeugen einen Zustandseffekt. Wenn du Glück hast. Mach's zurück. Ich hab's halt gar nicht. Der ist ein einziger. Hier siehst du, wie viele Decepticons in deiner Nähe sind. Benutze Bumblebees Blaster und seinen Stinger, um sie zurückzuschlagen. Ja, das funktioniert alles. Das ist, ja... Aufgepasst! Wieso hab ich jetzt noch mal drei Blaster-Schuss? Komm, mach mal weg. Komm. Bom, hab ich nix mehr? Warum ist das alles weg? War das gut? Nein. Vielleicht doch nicht krank. Aha. So ein Glück. Hm, genau. Warum kann ich nur einmal... Bin auf dem Weg. Ich würd sagen, wir machen dieses eine Level noch und dann ist gut. Ey, wieso trifft er mich? Nein, nein. Ich geh da hin. Und dann... den Zweier... das Dinger. Aha. Ach, der hat nix gemacht. Gehen wir mal da hin. Das ist zwei und Blaster-Schuss braucht eins. Fertig. Bumblebee. Ja. Ja. Hier kommt zwei. Ich weiß, die haben das gemacht. Ich hab mal doch angekündigt, mein Schatz. Nur die Reste, die du übrig gelassen hast. Genau. Mit einer Kaffeemaschine repariert. Was wollen die Decepticons? Warum die Stadt angreifen? Megatron hat große Pläne. Aber ich wollte dich unter vier Augen... Ja, es ist halt eben wirklich genau der Humor, der da dazu gehört. Nach unzähligen Zyklen gehörst du mir. Gebäude schützen Autobots vor Fernangriffen. Greife von der Deckung aus an. Okay. Aber wie soll ich das machen? Geht. Ja, ich schaffte sie. Hm. Shadow Striker hat gleich freies Schussfeld. Bring Bumblebee in Sicherheit, bevor sie angreift. Jetzt liegt es an dir, Mensch. Beschütze Bumblebee und besiege Shadow Striker. Komm, das machen wir. Aufgepasst! Mhm. Okay. Nee, warte. Äh, kann ich? Ähm, hallo? Steuerung? Hallo? Könntest du bitte? Wieso darf die schon wieder? Das kann nicht gehen. Hm. Ja. Pass mal auf. Bleibst du bitte mal stehen? Na komm. Ich bin einfach... Wieso kann denn die so viel? Ich mag's überhaupt nicht. Ist mir egal. Wieso, 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 wieso darf ich nicht? Ich bin zu blöd dafür. Ich bin viel zu blöd dafür. Wenn ich da hinrenne, dann darf ich wieder nichts machen, oder was? Ich bin auf dem Weg. Ja, und die bringt mich jetzt um. Ich hab Glück gehabt, aber wirklich nur Glück. Ich bin für sowas nicht gemacht. Der Skaterisch. Ich bin für die Skaterisch. Wir sind beide Kämpfer. Wir halten zusammen. Hm. Ach, guck mal. Das Gesicht. Maaa. Und dein großer Plan? Vier mickrige Räder gegen ne ganze Decepticon-Flotte. Genau. Vier Räder. Zwei Flügel. Und eine Klinge. Shadow Striker, das ist Stormfall. Das übliche. Puh, das gefällt mir gar nicht. Das kann nur eines bedeuten. Sie wollen um jeden Preis... Den Allspark. Egal, ich bin schneller. Den Allspark. Geschwindigkeit hilft hier nicht. Es sind zu viele. Wir müssen da taktisch rangehen. Ich kenne XCOM, habe es auch wirklich komplett. Aber was man so in der Bibliothek hat, das sagt nicht viel aus. Ist das ein Mensch? Ja, wir brauchten Einheimische im Team, um diese fremde, überbevölkerte Gegend zu verstehen. Außerdem hat er meinen Spark gerettet. Na gut, er darf mitkommen. Bis wir Grimlock finden. Und wie? Schön, dich zu sehen. Los geht's. Also, das Spiel funktioniert. Aber ich bin überhaupt kein Taktiker. Ich bin da zu ungeduldig. Und ich verstehe das auch wirklich nicht. Also, ich möchte mich da auch nicht zu tief rein versenken, weil es macht mir auch keinen Spaß. Aber das Spiel ist wohl solide. So, da es jetzt aber auch schon 11 Uhr ist, würde ich sagen, das Spiel, was ich in der Hinterhand hatte, mache ich nicht. Aber trotzdem bleibe ich noch ein bisschen. Wir machen da erstmal... Ja. Wie kommen wir da raus? Darf ich das bitte beenden? Mit Rechtsklick. So, wie immer. Ähm, ja, da. Ein kleines Fazit. Ja, klar. Das ist also... Ich hätte mir das... Gut, ich meine, die sind ja schon vorausgewählt. Die sind alle in meinem Ordner von... Gucke ich mir gerne mal an. Oh, meine Nase. Ich finde das so schlimm. Die Allergie geht los, deswegen. Also. Out There fand ich... Kann man spielen. Ist entspannt, okay. Re Legend fand ich... Ja, genau. Das Cat Lady, genau. Ja, also. Das Cat Lady ist halt ein Kartenspiel. Das wird auch irgendwann was komplexer. Es kommt ja noch was dazu. Und im Prinzip muss man nur taktisch geschickt die richtigen Karten ziehen, um am meisten Punkte zu haben. Also, ja, gut. Kann man, glaube ich, auch gegen Menschen spielen. Re Legend hat mir sehr gut gefallen. War wirklich schön. War mir ein bisschen zu langatmig. Langatmig und ich fand die einzelnen Elemente nicht so gut eingeführt. Das heißt also... Dieser Zusammenhalt von Story, Farm und Jagen und so weiter und Sämen, also so, warum das alles ist, wird nicht so richtig klar. Das hat mich bei Re Legend, also da hat so dieses... Ja, klar. So das Skyrim-Gefühl, wo du ganz klar weißt, warum du irgendwas machst. Ja, das hat da gefehlt. Just Cause 4 nervt mich, dass ich die Steuerung wirklich nicht gut kann und manchmal auch völlig überfordert bin. Ja. Und Transformers Battleground ist mit Sicherheit ein gut gemachtes, gut spielbares Taktik-Spiel, aber ich kann die Dinger nicht. Ich will da immer hin und drauf und nicht irgendwie nochmal überlegen und ich verstehe das mit den Punkten zurückhalten und so weiter. Also ich verstehe das natürlich. Ich könnte mir das auch vielleicht aneignen und mal ein bisschen nachdenken, aber ich will da nicht nachdenken. So. Genau. Dann, was kommt? In ein paar Tagen kommt meine neue Kamera, weil ich arbeite hier immer noch mit dieser Logitech-Webcam und habe jetzt demnächst mal so eine richtige Kamera, so mit echtem optischen Zoom und so weiter und so fort, habe ich mir sehr günstig geschossen bei Ebay. Die kommt die nächsten Tage mit dem Zubehör, was ich mir dann noch bestellt habe, kann ich ja damit loslegen. Da habe ich Lust drauf. Dann kam heute ein Bundle raus, zu dem ich einen Bundle-Test mache bei Fanatical und meiner Meinung nach ein wirklich gutes Bundle. Da habe ich alle Spiele gehabt, außerdem einen, was es mal bei Prime umsonst gab, das kann ich also verlosen. So. Genau. Und morgen kommt natürlich ein sehr, sehr kräftiges For Free raus. Genau. Da ist also jetzt wirklich noch ein bisschen Arbeit für mich. Ich mache für heute mal Schluss und gucke dann mal, wie es weitergeht. und das hier muss ich jetzt auch noch ein bisschen schnippeln. Obwohl, nee, ich lade so hoch. Ich muss nur noch die Kapitelmarken setzen, ja. Auch von dem neuen, von dem Fanatical, das ist gut, weil dann kann ich den mit einarbeiten, weil das Ding steht noch nicht. Genau. So. Und dann sage ich mal, danke fürs Dabeisein, weil dann doch, nachdem ich am Anfang noch sehr lange auf den ersten Zuschauer gewartet habe, doch noch ein bisschen was los. Ja, danke fürs Zuschauen und wie immer, macht's auf jeden Fall gut und zum vorletzten Mal in diese Kamera. Ciao. Nachdi.